Fabrice Herzog, im 5. Anlauf gegen Lugane hat es doch mal geklappt mit dem Sieg, was hat man heute besser gemacht als in den letzten Partien? Ja, wir wollten den Sieg sicher unbedingt. Wir haben defensiv etwas besser gespielt als beim letzten Mal. Und offensiv konnten den Unterschied ausmachen. Ich kann mir vorstellen, die ganze Woche, wenn man die schnell reflektiert, ist es ja auf und ab gegangen, also mit Harakiri-Spielen in Fribourg. Wie gross ist das Kompliment, das man sich selber machen kann, dass man aus dem Spiel sehr schnell gelernt hat? Ja, es war sicher schwierig, gerade die vier Ausgleichspiele, die wir jetzt hatten. Wir haben heute einfach versucht zu kämpfen und konnten dann den Sieg holen. Erfreulich für Sie persönlich, sicher auch in allen drei Spielen dieser Woche getroffen. Was gönnt sich Fabrice Herzog heute Abend, am Sonntagabend noch? Ja, eine schöne Heifahrt. Das Wichtigste war sicher der Sieg.